Ja, wie bei uns Menschen ist es bei den Hunden auch. Wir haben im Alter Muskelschwund. Ist leider so. Aber bei unserem, der wird in drei Tagen 14, war es die letzten Wochen mehr. Wir unternehmen da was gegen, schon die ganze Zeit. Also ihr könnt gerne zum Physiotherapeuten für Tiere gehen, für Hunde gehen. Ist eine super Sache. Die arbeiten sehr gut, haben eine tolle Wirkung. Wir brauchen es nicht, weil wir haben hier unseren Hundeplatz und haben viele Möglichkeiten, wie wir da was stabilisieren, wie wir die Hunde aktivieren. Es geht darum, die Pfoten einzusetzen, die Muskeln zu aktivieren, dass der Muskelschwund nicht da ist. Also zum Beispiel ein Sitz, Sitz, Platz, Sitz, Sitz, Platz. Das ist wie die Squats bei Menschen. Also für die Beine, für den Popo ist es bei den Hunden genauso. Übertreibt es nicht. Das gibt bei den Hunden auch Muskelkater. Deswegen müssen wir bei uns ein bisschen aufpassen. Es ist gemacht, gemacht. Aber wir haben unsere Rentnergruppe da. Deswegen machen wir das mit allen. Ich zeige euch mal, wie wir das am Wackelbrett zum Beispiel machen. Wotan. Ich locke ihn auf das Brett. Komm mal her. Das Ding wackelt. Komm weiter. Das ist jetzt leckerli-lastig. Ja, aber guck mal, jetzt fängt es an zu schwanken. Jetzt arbeiten hinten die Muskeln. Jetzt ist da ein bisschen was los. Ah, jetzt muss er ein bisschen was tun. Dann lasse ich ihn so ein Stückchen vorlaufen. Komm, komm. So, dass wirklich da Arbeit reinkommt. Dass sich hinten was bewegt. Jetzt sieht man, wie die Muskeln arbeiten. Jetzt mache ich hier, guck, mit dem Leckerli so ein bisschen hin und her. Dann muss er das ausgleichen. Und wieder raus. Komm, komm. Super, komm weiter. Super machst du das. Am besten kleine Leckerlis nehmen. Damit es nicht so viel wird. Weil dick ist er. Er darf ein paar Kilo abnehmen, aber im Alter. Jetzt ist auch egal. Komm mal her. Komm. So, und es war ein super. Super machst du das. So ist es feiner. So ist es feiner. Super. Also es muss sich bewegen. Die Muskeln müssen arbeiten. Das Gleiche könnt ihr zu Hause auch machen. Mit einem dicken Kissen zum Beispiel. Oder auf einer Matratze. Oder auf irgendeiner Gummimatte, die so ein bisschen dicker ist. Schaumstoff. Da habt ihr das gleiche Ergebnis. Oder so ein, wie heißen die Dinger, diese Gymnastikbälle, diese Halben mit den Noppen. Die sind auch dafür ideal. Jetzt locke ich ihn mal runter, aber nur vorne. So, jetzt sind nur die Hinterbeine drauf. Weil sein Problem ist hinten hauptsächlich. Deswegen muss hinten ein bisschen mehr arbeiten. Jetzt muss er das ausgleichen. Auch wenn ich es hier nur auf den Boden schmeiße und er ein paar Leckerlis sucht, bewegt er hinten die Pfoten auf dem Brett. Guck, er ist am Arbeiten. Es tut sich was. Gut für die Muskeln. So machst du das fein. Super, Wotan. Klasse. Eine Übung. Für die nächste Übung könnt ihr ein paar Pilonen nehmen. Komm, wir haben da hinten so Baumstämme. Wir haben auch diese Pfähle hier. Oder ihr nehmt einen Poller im Wald. Oder einfach nur einen Baum. Irgendwo, wo ein Hund rumgeführt werden kann. Na, Wotan. Komm. Ne, komm. Super. So ist fein. Wenn er nicht will, so richtig, dann muss ich ihn mitnehmen. Es geht darum, dass er auch da die Füße einsetzt. Dass die Wirbelsäule gelenkig bleibt. Ne, komm. Willst du nicht heute? Super. So ist fein. Ist schwierig mit ihm, weil der ist wirklich ein bisschen steif geworden. Er kann sich nicht bewegen. Aber das ist für diese Wirbelsäule halt wichtig. Wotan, komm mal her. Komm her. Komm. Das ist unser anderer Rentner. Der ist schon ein bisschen blind. Der guckt nicht mehr richtig. Aber der ist ein bisschen fitter. Der ist ein bisschen schneller. Aber auch für den ist das gut. Otti, komm. Super. Komm her. Komm her. Ne, komm her. Dann muss ich ihm helfen. Der sieht halt die Pylonen nicht richtig. Ne, komm. Komm, Otti. Super machst du das. So ist fein, Otti. Komm. Aber er ist Lappi typisch für Fressen. Ne, komm. Mir, super machst du das. Hier haben wir unser Restholz abgeholzt. Und das ist für Suchen. Also, Kopfarbeit, Nase einsetzen. Ganz wichtig für Hunde. Auch im Alter. Wirklich die fördern und fordern. Die müssen ihren Kopf genauso einsetzen, wie wir auch. Und hier haben wir noch das Gleiche. Den Vorteil, es wird die Motorik gefördert. Otti, guck, such mal. Such. Jetzt muss er die Nase einsetzen. Jetzt muss er die Pfoten heben. Guck mal hier. Otti, such mal. Otti, such. Ne, such. Such. Ne. Jetzt muss er hinten auch mal ein bisschen was suchen. Wotern, guck mal hier. Super. So ist fein. Dass sie lernen, ihre Pfoten aktiv einzusetzen. Das ist wichtig im Alter. Ich habe hier noch unsere, zwei Reifen musste ich austauschen beim Wagen. Und habe die Altreifen mitgenommen. Einen habe ich eingebuddelt. So ein bisschen tiefer. Und einen ein bisschen höher gelassen. Und auch da schmeiße ich was rein. Das ist halt leckerli-lastig. Aber egal. Und da müssen sie arbeiten. Da müssen sie ran. Da müssen sie auch in die Rille reinkriechen. Das ist eben das Thema. Dass der Rücken, die Beine eingesetzt werden. Wotern. Wotern. Guck mal. Ja, komm raus. Rückwärts ist schwierig. Wotern. Guck mal hier. Rückwärts ist ganz schwierig. Hier auch Hölzer. Dass sie da rüber laufen müssen. Jetzt muss er drauf stehen. Jetzt geht es. Jetzt hat er es geschnallt wieder. Super. So ist fein. Otti, such. Ja, super. Otti kennt das noch nicht. Und traut sich gerade nicht. Ja, super. So, jetzt steht er halb drin. Es ist etwas tiefer gesetzt. Jetzt muss er jetzt den Kopf einsetzen. Jetzt geht er unten in die Rille rein. Der Rücken wird gebogen. Der Rücken muss arbeiten. Und die Hinterläufe müssen stabilisieren. Und das Ganze ausgleichen. Super, Wotern. Guck mal hier. Wotern. Wotern. Guck mal hier. Wotern hier. Ja, super. Für unser Dicken ist das natürlich besonders wichtig. Weil der hat da echt Probleme. Also das muss man fordern. Kleine Übungen könnt ihr auch gerne im Wald machen. Wenn ihr irgendwo, wo die rüberklettern müssen. Wo sie ihre Hinterläufe ausgleichen müssen. Wo sie sich bewegen müssen. Und dann wird das auch klappen mit dem Alter. Ich glaube, unser, der ist jetzt wie gesagt 14. Fast. Zwei Tage. Drei Tage. Ich glaube, der ist so alt geworden, weil er halt fast jeden Tag irgendwie Aktionen hat. Auch jetzt im Alter. Der will immer morgens mit. Wir wollen ihn auch gerne mal zu Hause lassen. Weil wir sagen, oh Mann, der ist heute nicht so fit. Nee. Dann steht er an der Tür und will mit. Ja, dann darf er halt mit. Dann liegt er hier auf dem Hundeplatz irgendwo in der Ecke. Ist ja auch gut so. Und wir lassen ihn fertig. Viel Spaß bei der Physio in Natur. Und alte Hunde. Pflegt sie. Das ist wichtig. Tschüss.